Weiter geht es bei uns mit dem Thema Technik und Elektronik und Sie erspähen ihn schon. Unser Ralf ist der Experte für diese Sendung und besser geht es gar nicht, da haben wir genau den richtigen Mann erwischt. Was machen wir allerdings, beziehungsweise was wird Ralf uns gleich zeigen? Es geht um Schätze, die Sie zu Hause haben. Schätze beispielsweise hier im Dia-Format oder Schätze, Ihre Fotos, also auch was ganz Wichtiges. Und Schätze beispielsweise auch hier auf Videokassette. Und warum ist das so wichtig? Warum ist das so ein sensibles Thema? Weil der Zahn der Zeit nagt an diesen Medien. Und Sie sehen es, Ralf schart schon mit den Füßen, der will gleich loslegen. Ich brauche aber noch einen Moment. Wir haben nämlich in dieser Sendung ein Produkt und mit dem fangen wir jetzt gleich an. Das ist jetzt endlich lieferbar. Es geht hier um einen HDMI, beziehungsweise um einen Videorekorder. HDMI kommt später um einen Videorekorder für analoge, beziehungsweise ja doch analoge Medien. Und der ist endlich lieferbar. Wir hatten ihn ganz lange schon präsentiert. Da war er immer vorbestellbar. Jetzt ist er aber endlich da. Das heißt, der kommt jetzt, wenn Sie ihn bestellen, auch zu Ihnen nach Hause. Ja, ich musste nur schmunzeln, woher sagt der Zahn der Zeit, der nagt. Ja, der nagt auch an uns. Wir merken das. Ja, wir werden aber reifer, nicht älter. Das ist klar. Aber das kann man nicht zu allen sagen. Also Technik von früher ist einfach veraltet. Müssen wir zugeben, den Satz früher war alles besser. Den muss man nicht immer, immer anwenden, weil gerade was Technik angeht, Video, also Filme, Bilder oder auch Ton. Das war früher nicht besser. Das ist heute besser digital. Denn wenn etwas digitalisiert ist, ist es haltbar für die Ewigkeit. Man kann es vervielfältigen. Man kann es bearbeiten, ohne das Original anzufassen. Und das ist eben der große Unterschied. Jetzt gibt es solche Videokassetten natürlich noch zu Hunderten. Ich hoffe, Ihre sehen nicht so aus, weil da sehen Sie mal, der alte Videorekorder hat dieses Band gekillt. Das ist natürlich ein Erinnerungsfresser, sage ich jetzt mal. Das ist ein Risiko, was man hat. Aber auch diese Bänder, das hat man festgestellt, zersetzen sich im Laufe der Jahrzehnte. Die werden qualitativ schlechter. Und auch die Abspielgeräte werden irgendwann nicht mehr funktionieren. Und hier sind Lebensgeschichten drauf. Hier steht jetzt zum Beispiel Jenny 1992. Das ist so eine übliche Beschriftung. Ich weiß jetzt nicht, wer Jenny ist, weil das ist nicht von mir. Aber irgendwas war 1992. Weiß ich nicht. Hat sie geheiratet? Hat sie den 30. Geburtstag gefeiert? Oder ist sie da vielleicht getauft worden? Hier muss ich es reparieren, um es rauszufinden. Aber sie haben sicher noch viele ganze Videokassetten. Und du bist ja auch im Video-Zeitalter groß geworden. Und da wurde von dir und du wahrscheinlich auch von, hast auch selber gefilmt, weil so eine Videokamera hat ja dann jeder gehabt. Hat jeder gehabt, aber ich durfte die Videokamera meines Vaters nie in die Hände nehmen. Oh ja, das war bei vielen Heiligtum. Klar, die waren richtig teuer. Und jetzt muss man sagen, diese Kameras waren schon teuer. Aber was jetzt noch viel wertvoller ist, sind diese Erinnerungen. Und jetzt schauen wir uns erst mal die Videokassetten von heute an. Videokassetten von heute sehen so aus. Videostick, also hier USB-Stick oder natürlich eine SD-Karte. Das sind die neuen Speichermedien und damit digitalisiere ich. Und jetzt meint man immer, und so ging es mir auch und Ihnen wahrscheinlich auch, das wäre technisch unglaublich aufwendig. Man müsste da Hochschulstudium haben oder zumindest einen Ingenieurtitel. Aber das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Und hier unser erstes Gerät, das ist speziell entwickelt, um analoge Medien zu digitalisieren. Ich nehme ihn mal in die Hand und Sie sehen hier schon mal ein Vorschau-Bildschirm. Das ist schön, so kann ich ganz unabhängig von jedem Fernseher, da kann ich das Fernsehprogramm laufen lassen, kann ich den benutzen. Und wir sehen hier jetzt erst mal noch einen blauen Bildschirm. Das wird sich gleich ändern. Ich möchte Ihnen aber kurz die Anschlüsse zeigen. Und die sind unglaublich einfach. Stromanschluss. Dann haben wir hier, das sehen Sie, diese Cinch-Anschlüsse. Hier rot und weiß für den Ton. Video war ja immer mit Ton. Und gelb für das Videosignal. Jetzt kann ich, wenn ich nicht auf dem kleinen Monitor das sehen will, sondern wirklich auf dem Fernseher das mir anschauen will, dann gehe ich über HDMI einfach auf den Fernseher. Und dann haben wir noch zwei Steckplätze. Hier einmal für den USB-Stick oder eine externe Festplatte. Bis 4 Terabyte darf die groß sein. Oder hier auf der Seite dieser kleine Schlitz, den wir hier sehen, für die SD-Karte. So, also kurz erklärt. Und jetzt wird es unglaublich einfach. Sie nehmen Ihren Videorekorder oder Ihre Videokamera und schließen die an über die Cinch. Da kann man auch gar nichts falsch machen. Einfach mit den Farben. Und ich habe das mal vorbereitet. Und dich bitte ich jetzt, einfach mal eine Kassette reinzumachen. Wir haben hier mal ein Musical rausgesucht. Ein Privatvideo eines unserer Kollegen. Und der hat sich richtig gefreut. Das haben wir natürlich schon einmal komplett durchdigitalisiert. Aber ich möchte Ihnen zeigen, wie einfach das ist. So, jetzt habe ich Bild und Ton angeschlossen. Und schauen Sie mal, hier, zack, haben wir schon. Das ist jetzt das Bild, was im Videorekorder läuft. Wir können da auch kurz mal den Gegencheck machen. Achtung, sehen Sie, Bild weg. Ton ist noch da. Und jetzt ist das Bild wieder da. Sie hören also auch integrierte Lautsprecher. Ich mache das jetzt erst mal ein bisschen leiser, weil der Ton wird auch, wenn ich hier leise drehe, eins zu eins natürlich mit digitalisiert. So, jetzt hatte ich von Speichermedien gesprochen. Sie entscheiden USB-Stick, externe Festplatte oder SD-Karte. Ich entscheide mich jetzt mal für den USB-Stick. Wenn ich den einstelle, das ist übrigens bei der Festplatte genauso, warten Sie einfach 10, 15 Sekunden. Viele USB-Sticks zeigen einem das durch ein Blinken an, wenn Sie bereit sind. Hier wird es gerade eingelesen vom Gerät. Und sobald das Blinken aufhört, ist die Arbeit beendet. Also Blinken bei USB-Sticks, die so beleuchtet sind, zeigt immer an, arbeitet. So, jetzt ist er fertig. Und was ich jetzt noch machen muss, ist so was von kompliziert. Das kann ein dreijähriger blind ihm vorbeilaufen. Schau mal, hier unten, rot gekennzeichnet, Rekord. Und da drücke ich jetzt kurz drauf. Und jetzt schauen Sie hier oben. Da sehen wir ein Zähl, ein Laubwerk, ein Zählwerk. Und sobald dieses läuft, wird das eins zu eins jetzt digitalisiert. Und weißt du, was ich jetzt noch mache? Pass auf, ich stelle das jetzt hier hin. Oder irgendwo, oder lege es und lasse es machen. Weil ich lese jetzt ein Buch. Weil alles andere geht von allein. Alles andere geht von allein. Nochmal für Sie ganz einfach, liebe Zuschauer. Videokassette hier im Videorekorder eingelegt. Kabel geht rüber hier zu unserem kleinen Rekorder, zu unserem neuen Rekorder. Und jetzt wird alles hier digitalisiert, ganz einfach, auf einem USB-Stick. Wir, Sie müssen gar nichts machen. Natürlich, eines natürlich bestellen. Und zwar unter der Bestellnummer NX6154 und der 569. Und Ihr TV-Sonderpreis in dieser Sendung hier. 94,95 Euro. Sie sparen 53 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung von hier. Knapp 200 Euro. Und das große Highlight ist natürlich, er ist jetzt lieferbar. Das heißt, wenn Sie jetzt hier dabei sind und mitmachen, dann ist er schon in wenigen Tagen bei Ihnen zu Hause. Und aktuell befinden wir uns ja auch in der Jahreszeit, wo man sagt, Mensch, jetzt habe ich doch abends mal länger Zeit. Jetzt kann ich mich auch mal zurücklehnen. Ich verpasse draußen nichts. Wetter ist eh schlecht. Und dann kann wirklich hier digitalisiert werden. Richtig. Und schön ist durch diesen Vorschau-Monitor, du brauchst den Fernseher nicht benutzen. Ja, wunderbar. Also du kannst dich sogar, so wie wir, Wohnzimmertisch, hinsitzen. Dein Lieblingsfernsehprogramm läuft. Und nebenher machst du das. Schaust auch mal was drauf. Und es ist auch nicht nur wegen der dunklen Jahreszeit jetzt die richtige Jahreszeit, sondern hier in diesen Videokassetten sind ja Lebensgeschichten festgehalten. Meine Kinder zum Beispiel im Prinzip ab der Taufe bis zur Schulprüfung ist alles auf Video festgehalten. Und wenn du jetzt mal, wenn Sie zu Hause mal ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk machen wollen, etwas, was mit keinem Geld der Welt zu bezahlen ist, dann suchen Sie von Ihren Kindern diese Videofilme raus. Und wenn man es einmal digitalisiert hat, dann kann man es bearbeiten. Dann kannst du Zusammenschnitte machen. Da gibt es mittlerweile so einfache, kostenlose Videoschnittprogramme. Aber Grundvoraussetzung ist, sie sind digitalisiert. Weil in der Videokassette, du kannst es nicht schneiden, du kannst es nicht verändern, du kannst es nicht verschicken. Sobald es digitalisiert ist, kann man alles damit machen. Und du kannst es hundertmal wegschenken. Also wenn es digitalisiert ist, schenkst du den Film jedem anderen, jedem anderen. Und hast immer noch das Original. Wenn ich eine Kassette verschenkt habe, war die weg. Und das ist vielen so gegangen. Ich leihe dir mal diese Kassette, nie wieder gesehen. Und es ist jetzt aber wirklich auch allerhöchste Eisenbahn. Erstens mal mechanische Schäden. Die sehen wir hier. Dann sieht es so aus. Aber natürlich die Abspielgeräte. An denen nagt auch der Zahn der Zeit, wie an uns auch. Und mit jedem Mal laufen lassen über diese Abspielgeräte lässt auch ein klein wenig die Qualität nach. Es gibt auch Filme, wenn Sie die mal wieder eingelegt haben, dann sehen Sie so leichte Streifen in den Videos. Ganz einfach, das liegt an Abnehmer, am Bildabnehmer, im Videorekorder und am Verschleiß an der Kassette. Und jetzt ist höchste Eisenbahn. Solange wir sie noch retten können, retten wir sie. Und zwar für die Ewigkeit. Hier kann man wirklich sagen Ewigkeit, weil die Dateien an sich können nicht mehr kaputt gehen. Das kann nicht mehr zersetzen. Was kaputt gehen kann, ist der Dateienträger. Deshalb immer eine Sicherheitskopie machen. Also auf einen Rechner zum Beispiel, dort auf die Festplatte oder auf eine externe Festplatte. So, dass ich es zweimal habe. Und dann kann mir nichts passieren, nie mehr. Und dann habe ich Videoaufnahmen. Und jetzt muss ich wieder an meine Kinder denken. Mittlerweile haben zwei meiner drei Kinder ja schon selber Kinder. Und dann kann ich mal meinen Enkeln vorspielen, was so die Kinder alles getrieben hat. Meine große Tochter, die ist jetzt 34, die war mit zwei das kleinste Garde-Mädchen. Also alle anderen waren schon groß. Die hat eine Garde-Uniform bekommen und hat da mitgetanzt mit zwei Jahren. Das ist so herzlich. Und wenn ich das jetzt meiner siebenjährigen Enkelin zeige, die lacht sich schlapp. Die lacht sich richtig schlapp. Und das ist schön. Und da gibt es auch Emotionen. Du schenkst, also hier mit dem Digitalisieren, verschenkst du dann auch Emotionen. Einmal Tränen, Verrührung, einmal natürlich Freude. Und wenn du so einen Film anschaust, das ist spannender auch für die Kinder und für die Enkel als jeder Blockbuster im Kino. Weil das ist Wirklichkeit. Das ist das, was die Generation davor erlebt hat, beziehungsweise was in der Kindheit und Jugend unserer Kinder war. Und deshalb behaupte ich, dass meine Generation hier in der Pflicht ist, diese Kassetten zu retten. Jetzt digitalisieren, jetzt die Schätze retten. Und wenn die Familie kommt, gemeinsam die Vergangenheit noch mal Revue passieren lassen. Oder eben ganz bequem auf USB-Stick verschenken. Und in der Bestellnummer NX6154 und der 569 zum TV-Sonderpreis. 94,95 Euro. Sie sparen 53 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung. Und hier immerhin knapp 200 Euro. Und jetzt auch verfügbar. Das heißt für Sie ein ganz, ganz einfaches, schnelles Gerät und ist natürlich auch genauso schnell bei Ihnen zu Hause. Wir machen aber schnell weiter, denn wir können das Ganze noch steigern. Es wird jetzt richtig interessant, wie ich finde. Ja, und jetzt kommen wir also auch wieder zu einem Videorekorder. Dessen Hauptaufgabe sehe ich aber in einem ganz anderen Bereich. Und zwar in dem, was man klassischer Videorekorder, warum man den eigentlich mal erfunden hat. Nämlich zeitversetzt Programme anschauen. Und wenn ich jetzt bedenke, wie groß früher Videorekorder waren, heutzutage ist das wirklich klein und anschmiegsam. Weil das hier ist ein Hochleistungs-Videorekorder, den ich jetzt ganz einfach an meinen Receiver anschließe. Und Sie sehen hier, das nimmt nicht mehr viel Platz weg. Das ist der Satelliten-Receiver, so ähnlich wird Ihrer aussehen. Und das ist der Videorekorder. Und jetzt gehe ich vom Satelliten-Receiver nicht direkt in den Fernseher, sondern ich gehe in den Videorekorder. Und vom Videorekorder gehe ich dann raus auf den Fernseher, also durchschlaufen. Und jetzt kannst du hier ganz bequem mit der Fernbedienung Filme programmieren, also die aufnehmen. Ich gehe übrigens auch dazu über, immer mehr Filme aufzunehmen. Erstens mal, um so eine kleine Filmesammlung zu haben. Kostet ja nichts, ist auch nicht illegal, wenn man es nicht veröffentlicht, das ist ganz wichtig. Und die meisten Filme kommen ja heutzutage in den Privatsendern. Und das heißt, die müssen irgendwie finanziert werden. Und wie werden die finanziert? Durch Werbung. Und wenn ich es aufnehme, dann kann ich hinterher, erstens mal, wenn ich direkt hier wieder abspiele, was auch geht, kann ich die hier immer über die Spultaste Vorlauf die Werbung überspulen. Idealer Trick. Oder ich habe ja hier auch externe Medien, also USB-Stick oder externe Festplatte. Und ich schließe die zum Beispiel dann an den Computer an und schneide die Videos raus. Dann habe ich einen reinen Blockbuster. Schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Die sind eigentlich auch ganz einfach. Und Sie sehen hier, die Rückseite ist interessant. Einmal den Stromanschluss, HDMI in. Das heißt, vom Receiver gehen wir jetzt hier rein. Und jetzt haben wir hier noch was. Das ist ein Multimedia-Kabel. Das zeige ich Ihnen gleich. Hier kann ich auch analoge Medien anschließen. Also auch mit diesem Mediorekorder kann ich digitalisieren. Und hier steht HDMI out. Damit gehe ich jetzt ganz einfach an den Fernseher. Wenn ich möchte, kann ich die Bilder auch direkt an den PC übertragen. Dafür wäre das hier. Also du siehst, kein Hexenwerk. Hier kommt das Speichermedium rein, USB-Steckplatz oder eben USB-Stick. Und hier kann ich noch einen Kopfhörer anschließen oder kann auch ein Mikrofon anschließen. Das hier ist nur interessant bei der dritten Option als Game Capture. Weil ich kann jetzt zum Beispiel auch eine Spielekonsole anschließen und kann diese Spielsequenzen, das machen viele Gamer, live ins Internet übertragen. Dann PC-Kabelanschluss ins Internet rein. Und dann kann ich es natürlich durch den Mikroanschluss noch kommentieren. Das sind zwei Zusatzoptionen. Digitalisieren und auch Game Capture. Für mich ist hier aber die Hauptfunktion eben der Videorekorder. Dass Sie Programme, wenn Sie nicht zu Hause sind, aufnehmen oder eben eine Filmsammlung sich schaffen. Oder auch die Lieblingsserie. Mist, jetzt habe ich Elternabend oder irgendeinen wichtigen Termin und meine Serie, die will ich trotzdem anschauen. Einfach hier aufnehmen. Und das geht unglaublich einfach. Wichtig ist auch beim Analogen, weil das sieht hier ja überhaupt nicht analog aus, dieser Anschluss. Wir wissen, das ist eigentlich ein HDMI-Anschluss. So sieht er aus, ist ein Digitalanschluss. Aber das Adapterkabel, das dabei ist, macht, glaube ich, deutlich, was hier möglich ist. Und ich wechsle jetzt mal, ich lege mal den Videorekorder weg und nehme das Kabel. Hier sehen wir den Anschluss, diesen Multimedia-Anschluss. Und guck mal, in was der endet. Nicht in einen anderen HDMI, sondern in einen VGA, in einen Cinch oder in einen Komponentenanschluss. RBG nennt man das. Und da kannst du jetzt alle analogen Medien wieder anschließen und auch hier dann per Knopfdruck digitalisieren. Das ist für mich wirklich zukunftmodern. Und wir haben dieses Gerät auch noch zu einem exklusiven TV-Sonderpreis. Den haben wir jetzt im Sonderbudget bekommen. Und da sparen sie noch mal richtig Geld. In dieser Sendung 119,95 Euro. Sie sparen 56 Prozent hier zur unverbindlichen Preisempfehlung. Das ist schon der absolute Knaller. Und wir haben die Bestellnummer NX4489 und die 569. Liebe Zuschauer, ganz schnell dabei sein. Denn ich möchte Ihnen noch ganz kurz was zeigen. Ralf, darf ich mal ganz kurz hier? Ja, selbstverständlich, gerne. Liebe Zuschauer, Videorekorder Steinzeit hier unten. Das ist Steinzeit. Steinzeit, manchmal bin ich alt. Ja, 2019. Also Videorekorder alt, Videorekorder neu muss jeder zu Hause haben. Denn wir haben gerade von Ralf gehört, wie einfach der zu bedienen ist und was man eben jetzt auch für Freiheiten hat. Ich will das jetzt aber nochmal steigern. Videokassette Steinzeit, das ist eine Videokassette heute oder eine externe Festplatte. Aber Steinzeit, weißt du noch, also ich kann mich noch gut erinnern an die ersten Videorekorder, die rauskamen. Wir, also erstmal waren es nur Abspielgeräte und da hat man schon zwei, drei Jahre vorher Gerüchte gehört, es kommt was. Und damals, jetzt die Jungen werden jetzt gleich große Augen kriegen, hatten wir drei Programme. Sendebeginn 17 Uhr, Sendeende 24 Uhr. Dann kam die Nationalhymne, dann das Testbild. Und da kamen nicht so viele Spielfilme. Und dann kamen, ich glaube ich war 17, 16, 17, 18, die ersten Videoabspielgeräte. Das war für uns eine technische Revolution. Endlich konnte man mal Filme anschauen, die nicht im Fernsehen kamen. Schön war es in der Steinzeit, jetzt weiß ich endlich mal, wie alt ich bin. Ich gehe jetzt mal meinen Namen in Steinmeißeln. Bestellnummer NX44980 und die 569 und dann kommt ein topmoderner Videorekorder zu Ihnen nach Hause. Sie sehen auch ganz schlank und kompakt zum TV-Sonderpreis 119,95 Euro. Sie sparen 53 Prozent hier zur unverbindlichen Preisempfehlung. Das ist schon ein absoluter Knaller, muss jeder wirklich zu Hause haben. Wir haben hier ganz viel Flexibilität, eben ein topmodernes Gerät. Und für Sie in der Sendung jetzt speziell eben auch hier zum TV-Sonderpreis hier auch ganz schnell dabei sein. Wir wissen immer nicht lang und das ist halt immer das Problem bei unseren Kontingenten. Wie lang halten die? Es geht jetzt weiter. Und jetzt kommt hier nochmal das Thema HDMI auf den Tisch. Und nochmal hier unser Videorekorder, den wir ganz zu Anfang gesehen haben, aber jetzt nochmal in einer verfeinerten Ausbaustufe. Ja, eigentlich kann der jetzt alles und noch viel, viel mehr. Es hat dieselbe Größe wie unser erstes Gerät. Ich werde Ihnen das zeigen, weil so kommt er zu Ihnen in dieser Verpackung. Aber ich mache den jetzt mal auf und zeige Ihnen, was drin ist. Also eine Fernbedienung, die brauchen wir jetzt nicht, weil ich es direkt am Gerät verbinde. Wir haben das Ladekabel, das brauchen wir auch nicht. Werde ich Ihnen auch gleich zeigen, warum. Und wir haben ein Adapterkabel. Das brauchen wir, das gebe ich dir jetzt mal in die Hand. Und dann kommt natürlich der Videorekorder zum Vorschein. Und Sie werden jetzt sehen, ich habe den ganz ohne Anschluss jetzt. Kein Stromanschluss. Und ich schalte ihn jetzt mal ein. Das mache ich hier auf dem Einschaltknopf und bleibe da kurz drauf. Und dann sagt er wenige Sekunden später zu mir, hallo. Und du siehst, ohne Strom. Wir haben hier also schon mal einen Akkubetrieb. Das hilft natürlich sehr weiter, weil du kannst ja jetzt hier nicht nur aufnehmen, sondern auch abspielen, klar. Aber auch das Ganze als MP4-Player zum Beispiel mal mit auf eine Reise nehmen, ein Filmchen anschauen mit Ton. Ist vielleicht für Kinder ganz interessant, um Kinder auf längeren Autofahrten hier zu unterhalten. Jetzt schauen wir uns hier die Anschlüsse genauso an wie beim ersten. Wir sehen, es sind ein bisschen mehr. Wir haben hier einmal Stromanschluss. Irgendwann muss ich den Akku wieder anschließen. Wir haben einen Tonanschluss, wenn ich externen Lautsprecher noch abnehmen will oder Kopfhörer. Hier ein Analoganschluss. Ja, jetzt erkennt man den nicht gleich und deshalb gib mir mal bitte den Adapter. Dann sehen wir nämlich, was das ist. Hier Analoganschluss und jetzt erkennen wir es wieder. Jetzt kann ich jedes analoge Medium anschließen, also Videokamera oder natürlich auch den Videorekorder. Dann haben wir hier HDMI in und out. Also auch hier wieder eine Videoquelle rein. Ein Receiver zum Beispiel könnte ich genauso. Oder raus an den Fernseher, wenn ich jetzt nicht den Vorschau-Monitor benutzen will. Sondern eben den großen Fernseher zum Digitalisieren. Aber wir haben hier mehr Funktionen. Also Videorekorder, ganz einfach Fernsehprogramm aufzeichnen. Dann natürlich einen MP4-Player, der hier dafür sorgt, dass ich mobil anschließen kann. Wir haben einen Game Capture. Ich kann Spielsequenzen von Spielekonsolen mitschneiden und dann im Internet hochladen. Und wir haben natürlich hier auch einen Universal-Digitalisieren. Und jetzt wechseln wir einfach mal. Und ich bitte dich, mir mal zur Hand zu gehen. Einfach, wir gehen aus dem einen Videorekorder raus. Da müsste ja noch was laufen. Und stecken hier ein. Und da sehen wir auch wieder, wie einfach das ist. Nur auf die Farben achten, mehr ist es nicht. Und jetzt müssen wir natürlich das Videobild gleich wieder da haben. Sehen Sie es? Es läuft. So, und jetzt stecken wir hier auch wieder das Speichermedium ein. USB-Stick, externe Festplatte oder SD-Karte. Und warten auch hier wieder ein paar Sekündchen, bis es hier aufhört zu leuchten. Sie sehen, arbeitet im Moment, aber nimmt ja noch nicht auf, sondern er richtet sich gerade ein. Jetzt hat es aufgehört. Also es gingen keine fünf Sekunden. Auch hier die Bedienung wieder genauso komfortabel. Sobald ich aufnehmen will, ich muss noch was anderes sagen, weil das vergisst man häufig. Ich kann hier auch einzelne Bilder, Fotos machen. Und zwar, wenn mir jetzt eine Szene besonders gut gefällt, dann brauche ich die nicht als Film, sondern bleibe ich länger auf der Rekordkarte. Dann wird ein Screenshot, sagt man heutzutage, ein Foto gemacht. Aber wenn ich eben aufnehmen will, dann berühre ich die kurz. Ich drücke einmal kurz drauf und hier oben fängt sofort die Uhr an zu laufen. Sehen Sie das? Ein Zählwerk. Da sehen wir das, das Zählwerk. Und sobald das läuft, digitalisiere ich. Und das Schöne ist halt, dass du bei unseren Videorekordern nicht nur aufnehmen, sondern auch wieder gleich abspielen kannst. Du brauchst also kein Zusatzabspielgerät. Du brauchst eigentlich auch keinen Rechner. Einen Rechner brauchst du nur, also ein externes Gerät, wenn du das bearbeiten möchtest. Und wir können uns auch eins noch anschauen. Und zwar, wie schnell das geht und wie einfach. Weil ich werde jetzt gleich mal nach ein paar Sekunden, ich nehme jetzt noch ein paar Sekunden auf, werde ich die Aufnahme unterbrechen, beziehungsweise abbrechen. Und dann schauen wir uns aber das Aufgenommene gleich an. Weil das kann ich direkt zwei Sekunden später machen. Und dann natürlich auch mit dem Stick entweder hier oder dann an den Rechner gehen und bearbeiten und schneiden. Ich kann hier natürlich auch nur Sequenzen einer Videokassette aufnehmen. Aber es rentiert sich auf jeden Fall, die ganze Videokassette aufzunehmen. Ich habe ein paar Sachen entdeckt. Da weiß ich zwar noch, ich war da dabei. Zum Beispiel gerade die Taufe von meinen Kindern. Aber da weiß man das Grobe noch. Man weiß noch, welcher Pfarrer es war. Aber so die Kleinigkeiten, die da mit dabei waren, wie zum Beispiel der anderen verwandten Kind da vorne in der Kirche rumtanzen, das weiß man nicht mehr. Das ist jetzt bei meiner Tochter 32 Jahre her. Unglaublich. Ich denke immer, ich bin erst 25. Jetzt ist meine Tochter schon 33. Aber okay, und jetzt machen wir das mal. Also nochmal, ganze Filme digitalisieren, nicht nur Sequenzen, weil dann sind sie gerettet für die Ewigkeit. So, jetzt stoppen wir die Aufnahme und wir sehen den Stopp auch wieder hier, weil das Zählwerk hört sofort auf zu laden, zu laufen. Das sehen Sie. So, und jetzt ziehen wir auch hier mal raus. Guck mal. Ja. So, und gehen jetzt über den Modus. Achtung. Und zwar. Das ist auch ganz einfach, ne? Richtig. Bis zum Modus. Jetzt sehen wir hier, das ist ein Videosymbol. Und jetzt Achtung, okay drücken. Und das ist genau die Sequenz, die ich jetzt gerade, die ich jetzt gerade digitalisiert habe. Läuft. Ton können wir hier natürlich auch, Mikrofonlautstärke und auch die Lautsprecherlautstärke oder Kopfhörer können wir hier regulieren. Also du siehst, unglaublich übersichtlich und einfach. Und ich muss es nochmal betonen. Ich habe früher immer gedacht, digitalisieren ist was für Profis, für Vollprofis, die das irgendwann mal studiert haben. Und diese Geräte haben mir gezeigt, dass es wirklich jeder Laie hinbringt. Und es ist auch notwendig, dass wir es können. Weil, wenn ich solche Kassetten von Profis digitalisieren lasse, dann zahle ich hunderte von Euros für die Kassetten. Du zahlst da oftmals einen Minutenpreis. Egal bei welchen Medien. Wenn du die digitalisieren lässt, entweder Stückzahl oder Minutenpreis. Und das kann sich zusammenleppern. Und das schaffen sie ganz alleine. Ich habe Ihnen jetzt gerade gezeigt, wie einfach das ist mit unseren Geräten. Wenn Sie nur digitalisieren möchten, wenn Sie hauptsächlich Fernsehprogramme aufnehmen wollen, aber vielleicht mal zwischendrin digitalisieren möchten. Oder wenn Sie ein Gerät haben, das alles zu 100 Prozent bewältigen kann und auch noch ein mobiler Media Player ist. Ich glaube, da ist jetzt wirklich für jeden das Richtige drin. Und alle drei haben eins gemeinsam. Sie sind unglaublich einfach, auch für den Laien zu bedienen. Man muss hier keine Hochschulreife haben oder ein technisches Studium. Das bekommt wirklich jeder hin. Das ist schön, dass du das nochmal gesagt hast. Also eine ganz wichtige Information, liebe Zuschauer. Und was Ralf auch gesagt hat, wenn Sie das nach draußen geben, wenn Sie das jemandem machen lassen, dann läppert es sich zusammen. Schauen Sie mal bei uns auf den TV-Sonderpreis. Bei uns läppert sich überhaupt nichts zusammen. 189,95 Euro hier für unsere kleine Wunderkiste, nenne ich das Ganze jetzt mal. Sie sparen hier 49 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung. Und die Bestellnummer ist natürlich ganz wichtig. Die NX4445 und die 569. Und dann kommt dieser kleine Wunderapparat zu Ihnen nach Hause. Und was der alles kann, also das ist schon ganz beeindruckend. Hier also digitalisieren. Sichern Sie hier Ihre Schätzchen, die Sie zu Hause haben. Gerade diese Erlebnisse eben auf Videokassette, die da schon viele, viele Jahre in den Kisten vor sich hin schlummern. Die können Sie jetzt wieder heben, die Schätze und einfach dann auf ein neues, auf ein digitales Format bringen. Das ist also wirklich hier eine wunderschöne Angelegenheit. Vor allem, wenn man es dann mit den Enkelchen, mit den Kindern und mit der Familie anguckt. Bestellnummer nochmal die NX4445 und die 569. Und der TV-Sonderpreis für Sie. 189,95 Euro. Ja, also ein richtiger schöner Preis. Und jetzt gehen wir mal noch ein Stückchen zurück in der Geschichte. Und da erwartet uns schon Diana. Und Diana hat die ganze Zeit in Fotoalben, Dias und anderen Sachen, Medien rum, hoppla, jetzt randaliere ich, rumgeschaut. Und Diana, hast du ein paar schöne Bilder gefunden? Ja, guck mal, das bist du. Richtig. Super süß. Und wie gefallen dir die Bilder? Ja, sehr schön. Das ist was anderes als am Handy wischen. Das machen ja die Jungs, die machen ja nur noch wischen. Aber das ist ja schön, wenn es digitalisiert ist. Aber das hier ist alles noch analog. Soll ich dir ein Bild digitalisieren? Ja, bitte. Welches denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut, ich suche mir eins raus. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Aber vorher gehen wir noch einen Schritt zurück. Und zwar zu bewegten Bildern. Ich finde noch imposanter und interessanter als Fotos, finde ich, Bilder, die von Personen sind, auch die schon lange nicht mehr leben. Die einer, ja, muss ein bisschen leer ist, dass die Filme gemacht worden sind. Und da, die Älteren kennen solche Projektoren noch. Es geht jetzt hier, bevor wir zu den Fotos und Dias kommen, um Super-8-Filme. Und das ist eine ganze Generation an Filmen, die hier gemacht wurden. Müssen wir noch mal hier unterscheiden. Acht Millimeter und Super-8. Das ist eigentlich das Gleiche ungefähr vom Format her. Nur Super-8 wurde ungefähr 65 erfunden von der Firma Kodak und hatte da ein Kassettensystem. Damit konnte man ganz, ganz einfach auch als Laie Filme machen. Vorher war es sehr, sehr kompliziert, schon allein die Filme einzulegen. So, jetzt sind zwischen 65 und ungefähr 85 unglaublich viele Super-8-Filme entstanden. Und ich selber habe das erlebt. Ich habe mit diesen Kameras niemals filmen dürfen, weil da war ich zu klein. Aber mein Großvater, das habe ich noch im Hinterkopf, weil ich war da so ein Drei-Käse-Hoch. Mein Großvater war auf jedem Familien-Event dabei und hat gefilmt. Und das sind jetzt solche Rollen. Und wenn Sie solche zu Hause haben, oftmals ahnungslos, was da noch drauf ist. Glauben Sie mir, da verbergen sich Schätze. Bei mir zum Beispiel nur, ich sage, ich rede immer wieder von einer Hochzeit, weil die mich sehr bewegt hat. Ich und mein Bruder, wir sind fast gleich alt. Wir waren beide drei Käse hoch, sechs, sieben, ich weiß es nicht genau und hatten beide Lederhosen an. Das fand ich schon mal imposant. Aufnahmen, wie wir mit der Braut tanzen und ähnliches. Aber was ich viel berührender fand auf diesen Sendungen, auf diesen Filmen, da waren meine Großeltern, also meine beiden Großmütter und auch meine Urgroßeltern waren auf dieser Hochzeit. Und das sind Personen, die schon Jahrzehnte nicht mehr da sind. Und da kriege ich nur beim Gedanken dran, kriege ich schon Gänsehaut. Und Sie haben mit Sicherheit auch solche Filme. Und auch hier, denkt man, gerade mit solchen Spulen, mit diesen Super-8-Filmen, denkt man oftmals, das wäre kompliziert. Hier sehen wir ein Weihnachtsfest. Ich mutmaße jetzt mal die Zeit. Also die meisten Verkaufszahlen waren um 72 rum. Das heißt, das wird so um die Anfang der 70er Jahre gewesen sein. Und jetzt überleg dir mal, wie lange das her ist. Fast 50 Jahre. Die Kinder sind mittlerweile, die 60, die Erwachsenen sind mittlerweile 70, 80, 90 Jahre alt, wenn sie überhaupt noch unter uns sind. Und da kann man mal schauen, wie wir früher an Weihnachten zufrieden waren. Ich habe mich über ein Fahrrad riesig gefreut. Hier, guck mal, ein schönes Kleid. Das sind Erinnerungen. Und jetzt sind das natürlich Aufnahmen für Sie und auch für mich von fremden Personen. Aber stell dir mal vor, Andreas, das sind Bilder von deiner Familie, von deinen Eltern, von deinen Großeltern. Und das gilt es jetzt zu retten. Und wer jetzt meint, das wäre schwierig, ich zeige Ihnen, wie einfach das geht. Weil ich brauche überhaupt nichts dazu, außer diesem HDXL-Filmscanner. Den Film, den ich habe, lege ich ein. Eine Leerspule ist dabei. Auf das haben wir jetzt verzichtet. Ich glaube, das bekommen Sie ganz einfach selber hin. Einfach hier unten durchlegen. Und jetzt musst du nur, ich kann das sogar von hinten fast blind machen, einschalten. Guck mal, hier ist ein Knopf. Einschalten. Jetzt sagt er mir gleich, guten Tag. Jawohl. Drehen wir noch ein bisschen hier in die Kamera. Und zeigt mir schon mal das erste Vorschaubild. Wenn mir das zu klein ist, da ist ein Kabel dabei, ich kann das Vorschaubild auch auf meinen Fernseher legen. Ach, das ist ideal. Ich würde es so machen, weil du ganz einfach den Fernseher dann frei hast. Dieses Gerät arbeitet absolut autark. Du legst eine SD-Karte rein, das ist das Speichermedium. Darauf wird jetzt digitalisiert in HD-Qualität. Und zwar auch noch ganz wichtig, mit 20 Frames pro Sekunde. Also Super 8 Filme hatten eine 18-Frame-Technologie. Das heißt, wir haben im Prinzip zeitgleich. Es gab früher Digitalisierer, die haben in der doppelten Geschwindigkeit digitalisiert. Die musstest du später wieder langsamer machen. Hier sind wir jetzt in der Originalgeschwindigkeit. So, noch digitalisieren wir nicht. Jetzt, pass auf, jetzt wird es kompliziert. Knopf drücken. Spulengröße einstellen. Knopf drücken. Finger weg. Ja. So. Und jetzt geht alles andere. Ja. Jetzt geht alles andere von ganz allein. Ich kann das auch gerne nachts machen. Und muss ich auch noch von mir erzählen. Ich habe meinen ersten Film reingemacht zum Digitalisieren. Ich habe den ja jetzt schon anderthalb Jahre bei mir zu Hause. Ich habe schon jede Menge Filme digitalisiert. Ich mache das auch immer wieder, wenn ich einen erwische. Und einer der ersten Filme, der war beschriftet mit Fußball 1974. Und also diese spärliche Beschriftung, da braucht man sich nicht wundern. Das war früher so. Da hat man immer gedacht, ich weiß das ja später noch. So. Und ich bin jetzt ausgegangen. 74, Fußball. Ja, das wird irgendwas mit der Weltmeisterschaft zu tun haben. Plötzlich sehe ich in diesem Film auf dem Vorschau-Monitor kleine Kropfen, die da rumlaufen. So. Drei Käse hoch. Und dann habe ich festgestellt, es war eines meiner ersten Fußballspiele. Ach was. Das hat mein Opa damals, ich weiß das nicht mehr. Ich habe beim FCM ein Ding in der E-Jugend, habe ich angefangen als drei Käse hoch. Damals gab es noch Libero, ne? Damals gab es noch Libero. Rechter und linker Läufer. Ja. Die WM-Aufstellung war das damals. Das nannte sich WM. Rechtsaußen, linksaußen, halb links, halb rechts. Och, die Jungen wissen gar nicht mehr, was früher alles war. Ja, und dann den Vorstopper. Der war ja immer der Ärzteste. So, aber jetzt bin ich dann, ich hatte ja auch den Plan, ich digitalisiere das über Nacht und schaue mir das am nächsten Tag an. Jetzt bin ich da vorgesessen und habe da zugeschaut. Ich bin nicht mehr weggekommen, weil das so interessant war. Aber Sie müssen nicht dabei sein. Sie sehen hier die Größe, also die Filme und jetzt gar nichts mehr machen. Alles andere geht von allein. Und wenn Sie am nächsten Morgen dann, wenn Sie schaffen ins Bett, am nächsten Morgen kommen, der hat einen Automatikstopp und dann kannst du auch gleich den ganzen Film hier im Gerät anschauen. Aber du hast es ja jetzt digitalisiert. Du hast aus einem Uralt-Medium, du hast ja vorhin Steinzeit gesagt, dann wären wir jetzt hier in der Kreidezeit oder Bronzezeit oder was weiß ich. Also noch weiter vorher und diese Bilder kannst du jetzt erstens mal wieder sichtbar machen, weil die meisten Projektoren gehen nicht mehr. Die stehen dann im Museum und du kannst auch Filme jetzt wieder bearbeiten. Bei großen Schauspielern, wenn die versterben, heißt es doch immer, sie leben oder er oder sie lebt in seinen Filmen weiter. Aber das haben wir Otto Normalverbraucher nicht. Wir haben keine Spielfilme. Aber gerade ich kann jetzt wieder sagen, in diesen Filmen, die ich digitalisiert habe, meine Großeltern und meine Urgroßeltern, die leben in diesen Filmen weiter. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, zum Beispiel diese Personen meinen Kindern und meinen Enkeln zu zeigen. Also meine Enkeln haben ja niemals eine Chance gehabt, meine Urgroßeltern, das sind sechs Generationen, kennenzulernen. Und das geht auch nicht. Sechste Generation, fünfte Generation, das habe ich schon mal so schnittweise. Aber sechs Generationen funktioniert nicht. Aber hiermit kann ich die zeigen und selbst den nächsten und übernächsten und über, über, übernächsten Generationen. Ich kann mir mit diesem Gerät meinen eigenen Stammbaum wieder erstellen mit bewegten Bildern. Und wenn du heute mal Ahnenforschung betreiben willst, da gibt es ja genügend Anbieter, da zahlst du dich dumm und dämlich. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe hier für meine Enkelin die sechste Generation in Bildern. Das ist schon Ahnung, wirklich Ahnenforschung. Und jetzt natürlich die Vorteile vom Digitalisieren. Erstens mal, du kannst sie jederzeit anschauen, du kannst sie beliebig oft vervielfältigen. Du kannst sie natürlich auch plattsparend aufbewahren. Also eine SD-Karte, die braucht ja keinen Platz. Und dann auf der Festplatte irgendwo noch ein Backup machen, wenn sie es digitalisiert haben. Am besten auf der Festplatte ihres Rechners. Und schau mal hier, ich könnte mutmaßen, wenn wir jetzt wieder von 1970 ausgehen, dass diese jungen Damen und Herren in meinem Alter sind. Aber das ist ja, guck mal hier, ach guck mal hier, wie er... Stell dir mal vor, der junge Mann, ich denke mal, das ist ein junger Mann, der könnte jetzt Bankdirektor von einer großen Bank sein. Und stell dir mal vor, du holst dieses Bild raus. Hier, Reise nach Jerusalem. Zu zweit ein bisschen müßig, aber du hast gesehen, die hatten Spaß. Die junge Dame, wie alt ist sie? Sechs, sieben Jahre alt? Ist 50 Jahre her, ist jetzt vielleicht schon Großmutter. Und macht das Gleiche mit ihren Enkeln. Und es ist wirklich in unserer Verantwortung, diese Bilder zu retten, zu zeigen und nicht verloren gehen zu lassen. Weil wenn die mal verloren sind, wenn wir vergessen haben, dass wir die haben, dann werden auch die Personen, die auf diesen Bildern noch zu sehen sind, irgendwann vergessen sein. Und das wollen wir nicht. Es geht nicht um berühmte Hollywood-Schauspieler. Es geht nicht um irgendwelche Spitzensportler. Es geht um Ihre Familie. Und wenn Sie noch solche Filmspulen zu Hause haben, dann wird es jetzt allerhöchste Zeit. Und jetzt ist die Zeit, eine schöne Zeit. Es wird früh dunkel, man hat die Zeit und jetzt machen Sie das unbedingt. Und Ihr TV-Sonderpreis für Ihren HDXL-Filmscanner 322,91 Euro. Das ist ein sensationeller Preis, liebe Zuschauer, denn wir kommen von einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 1.000 Euro. Das ist aber wirklich hier eine ganz wichtige Technik, die uns eben hilft, wirklich hier Familiengeschichte zu sichern. Im Grunde für die Ewigkeit, weil wir sie ja dann digital haben. Kommt übrigens auch Versandkosten frei zu Ihnen nach Hause. Und ich nenne Ihnen nochmal die Bestellnummer NX 4294 und die 569 für unseren HDXL-Filmscanner. Wir machen aber jetzt weiter. Es bleibt genauso spannend. Wir kümmern uns jetzt um Fotos, um Dias, um Negative. Richtig. Und den kann man übrigens nebenher laufen lassen, weil ich muss daher nichts mehr machen. Auch Sie müssen nichts mehr machen. Nur nachher das Ergebnis anschauen und sich freuen. Gänsehaut bekommen oder vielleicht das ein oder andere Kula-Tränchen. So, jetzt kommen wir zu Fotos, Dias, Negative. Das sind die nicht bewegten Bilder. Fangen wir mit den Negativen an. Das finde ich ein ganz interessantes Medium. Weil, also in der Jugend nochmal für die Jungen, wir hatten solche Fotoapparate. Da waren 36 Bilder möglich. Manchmal auch nur 24. Kam drauf an, was man gekauft hat. Dann hat man die weggebracht. Musste eine Woche warten, bevor man die fertigen Bilder anschauen konnte. So, und ich habe früher nie verstanden, warum Negative dabei sind. Was soll ich damit? Heutzutage weiß ich es, weil wenn man jetzt diese Fototaschen anschaut, die man früher als Entwicklung zurückbekommen hat, dann sind da vorne in den Taschen die Negativstreifen. Und wenn man die Fotos anschaut, ein 36er Film, man hat auch 36 Negative, dann erkennt man, da sind plötzlich nur noch 20 oder 15 oder 10 Bilder drin. Welche Bilder fehlen? Die schlechten? Nein, die sind noch drin. Die guten, die interessanten, die hat man verklebt in Alben, die hat man verschenkt oder die sind einfach verschollen. Und die kann ich jetzt auch wieder zurückbringen. Und damit fangen wir an. Wir haben diesen Schlitten hier im Lieferumfang enthalten. Und das Gerät sehen wir jetzt. Jetzt legen wir den Schlitten ein. Und ich zeige das Ihnen auch gleich live. Wir legen den Schlitten ein, schauen auf die Größe. Und jetzt können wir hier ganz einfach mit einem Knopfdruck, das ist der Knopfdruck, können wir digitalisieren. Gespeichert wird hier auch wieder auf einer SD-Karte. Und es gibt ganz wenig zu beachten. Und es ist unglaublich einfach hier zu machen. Wir sehen, wir müssen nur schauen, was machen wir, Foto oder Film? Foto, das ist jetzt ein loses Foto zum Beispiel. Da haben wir unten eine Halterung mit einer perfekten Beleuchtung und mit einem 14-Megapixel-Sensor. Also allerhöchste Qualität. Oder auch Fotos aus dem Album. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Interessantes. Du musst die Alben nicht mehr kaputt machen. Bis jetzt, wenn man sowas digitalisieren wollte, musste man das Foto aus dem Album rausnehmen. Das musst du heute nicht mehr. Du passt die Größe ein, du lässt das Foto und das Album unberührt, aber du digitalisierst es. Und wer das mal versucht hat, mit dem Handy abzufotografieren, der ist kläglich gescheitert. Egal, ob das Fotos sind. Bei Negativen sowieso keine Chance. Und bei Fotos aus dem Album funktioniert auch nicht. Sieht bescheiden aus. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, was wir gerade im Film gesehen haben. Hier an Ausschalter. Ich drehe es mal noch ein klein wenig zu Ihnen. Und jetzt müssen wir nur schauen, machen wir einen Film oder machen wir ein Foto. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Film. Und deshalb drücke ich beide auf, da oben ist ein Regler, hier auf Film. Und jetzt legen wir, Film ist also Dia oder Negativ. Und jetzt haben wir hier einen Pfeil auf dem Schlitten. Und der Pfeil ist hier ebenfalls. Moment, einmal zeigen. Da ist der Pfeil. Man kann also nichts falsch machen. Und jetzt schiefe ich das hier herein. Wir gucken es uns aber vorne wieder an und schauen mal nach dem ersten Negativ. So. Sieht auch noch relativ schlecht aus jetzt. Deshalb, ich muss den Typ wählen. Und das mache ich hier oben Typ. Und jetzt schauen wir, bis wir es positiv haben. Guck mal, so sieht jetzt ein Positiv aus. Jetzt habe ich aus dem Negativ ein Bild gemacht. Und jetzt, Achtung, jetzt fotografiere ich es ab. Ich digitalisiere es. Ah, Sanduhr. Und? Fertig. Du siehst, wie einfach das ist. Jetzt haben wir Dias. Die können sogar im Rahmen gemacht werden. Und das machen wir gleich als nächstes. Ich möchte mal ein schönes Naturbild nehmen. Jawohl. Hier auch wieder Dia-Schlitten. Sie sehen, im Rahmen eingelegt. Das geht ruckzuck. Und jetzt legen wir mal hier, ich sage mal, ein ganz neutrales Bild rein. Aber ein wunderschönes. Guck mal. Guck mal. Hier. Was ist denn das? Das ist eine Pflanze. Jetzt müssen wir hier, jetzt sind wir auf dem Negativ-Typ. Das heißt, wir müssen das noch mal korrigieren. Sie sehen auch, einfach drücken. Man kann da nichts falsch machen. Man sieht es ja auch, wenn es das Richtige ist. Und jetzt müssen wir es gleich haben. Das Originalbild, da müsste es sein. So. Muss es aussehen. Und jetzt digitalisieren wir es. Das ist ja herrlich einfach. Und es macht auch richtig Spaß. Machen Sie das auch so gerne mal. In Erinnerungen schwelgen. Dia-S durchschauen. Fotos durchschauen. Foto-Alben durchschauen. Und dann machen Sie das. Wenn Sie das machen, nutzen Sie die Zeit auch und digitalisieren Sie es. Und jetzt gehen wir noch schnell zu Fotos. Und zwar stelle ich hier um auf Foto und gehe auch hier auf Foto. Den Schlitten entnehmen wir. Und jetzt werden wir gleich was sehen. Hier unten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir schauen mal hier unten rein. Ja. Und sehen hier eine perfekte Beleuchtung. Hier auf beiden Seiten. Das ist schon. Das habe ich ganz umgedreht. Wir sehen hier eine Beleuchtung, die nicht blendet. Und die auch keine Reflektion in den, auch in Hochglanzfotos hat man ja früher, nicht hat. So, das Bild eingelegt. Das haben wir schon gesehen. Hier ganz einfach, egal in welcher Größe. Und jetzt können wir uns das anschauen. Du kannst auch die Größe noch mal korrigieren. Das kommt aber eher bei den Albumfotos zur Geltung. Digitalisieren, ganz einfach. Zack, drücken. Fertig. Und jetzt kommt das eben, was mich noch mal begeistert hat. Ich kann Fotos aus einem Album digitalisieren. Und ich suche jetzt mal ein altes Foto. Ich sage jetzt mal, wo ich die Persönlichkeitsrechte, auch obwohl das ein Familienalbum von mir ist, raus, was für mich sehr bewegend ist. Ich habe hier ein Bild, eines der wenigen Bilder, die ich noch habe, von meinen beiden Urgroßvätern. Meine Großväter habe ich leider nie kennengelernt. Die sind beide im Krieg geblieben. Aber meine beiden Urgroßväter, da oben sind sie. Und dieses Bild, das ist jetzt ungefähr 1963, 1963, 1964 entstanden. Ist also über 50 Jahre alt. Und auch beide Personen sind schon Jahrzehnte tot. Und das hier will ich jetzt, bevor es verloren geht, digitalisieren. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Weil ich glaube, Sie haben auch solche Fotoalben. Und die müssen keine 50 Jahre alt sein. Die können auch nur 30 Jahre alt sein. Und jetzt nehme ich den Digitalisierer. Ich mache es jetzt natürlich in Ihre Richtung. Sie würden es andersrum machen. Dann ist es auch wesentlich einfacher. Und setze den, jetzt muss ich ihn wieder zu Ihnen drehen ein bisschen. Schauen wir mal. Jetzt setze ich ihn richtig. Ich muss die Größe noch einstellen. Guck mal, hier haben wir die Größe. Ich drehe es wieder rum ein klein wenig. Dann geht es einfacher. So ist es zu klein. Sehen wir auf den ersten Blick. Und du siehst, ich habe jetzt auch eine Schieflage. Das macht ja nichts, weil das Album auch schief ist. Und jetzt gehen wir, bis wir die perfekte Größe haben. Und dann richten wir es noch ein bisschen aus. Wollen wir kurz ausrichten? So rum. So, nee, passt noch nicht. Jetzt passt es. Achtung. Oh, das ist zu groß. Ja, Sie sehen, also ein bisschen Mühe geben klingiert. Dann ist es kein Problem. Ich hole jetzt mal die optimale Größe raus. So, jetzt lege ich es nochmal richtig an. So, und jetzt, guck mal, jetzt kann ich das Foto digitalisieren. Und zwar nochmal, in einer besseren Qualität, als es jetzt im Album ist, weil ich mit 14 Megapixel da bin. Und schau, jetzt. Jetzt habe ich meine Urgroßväter, die Jahrzehnte nicht mehr unter uns sind, gesichert für die Ewigkeit. Auf SD-Karte. Auf SD-Karte, genau. Und jetzt kann ich es in den Rechner machen. Ich kann es vervielfältigen. Ich kann meinen Kindern einfach mal so eine WhatsApp schicken und sagen, guck, das sind eure Urgroßväter. Oder dann auch Fotomontagen machen. Das ist auch schön. Früher war das unglaublich modern, Fotomontagen zu machen. Aber da hast du die Originalfotos genommen und eine Schere. Geschnitten, aufgeklebt. Das Foto war zerstört für die Ewigkeit. Eine schöne Fotomontage. Aber auch von diesen wunderschönen Fotos gibt es noch die negative. Und genau mit denen kann ich die Fotos wieder herstellen. Nehmen Sie sich die Zeit. Wenn Sie es das nächste Mal Ihre Fotoalben anschauen, dann nehmen Sie dieses Gerät dazu und digitalisieren Sie, während Sie sich die alten Fotos durchblättern. Übrigens hier hängt mein halbes Leben, nicht mein halbes Leben, sondern meine ersten fünf, sechs Jahre sind in diesem Album verewigt. Aber es beginnt bei der Hochzeit meiner Eltern. Und da sind Personen dabei, die ich wirklich nur noch schemenhaft in Erinnerungen habe. Und deshalb ist das für mich so wertvoll. Und es ist auch für mich so wertvoll, diese Erinnerungen zu digitalisieren. Und das können Sie in Zukunft auch machen. Und das so oft Sie möchten, denn Sie haben ja das Gerät zu Hause. Für 142,45 Euro kommt dieser wunderbare Digitalisierer zu Ihnen nach Hause. Das ist wirklich ein genialer Preis, weil Sie müssen einfach auch den Mehrwert dahinter sehen. Wirklich diese ganzen Bilder, die Sie erstens aus der Vergangenheit haben oder auch Dias. Oder eben dann auch Bilder, die Sie in Zukunft machen, können Sie ja auch digitalisieren. Das Ganze hier unter der Bestellnummer NX6103 und der 569 kommt dann auch in wenigen Tagen zu Ihnen nach Hause. Wir machen eine kleine Zusammenfassung. Wir sind gestartet mit unserem Videorekorder für analoge Eingänge hier zum Knallerpreis, muss man schon sagen. Und der ist jetzt endlich auch lieferbar. Also wer einfach nur digitalisieren will, für den ist das das Preis-Leistungs-Wunder. Unter 100 Euro, einfachst zu bedienen, Speichermedium rein, Knopf drücken. Und schon habe ich alte analoge Medien, also Videokassetten, digitalisiert. So kinderleicht und jetzt auch so unglaublich günstig. Und es ist jetzt endlich wieder lieferbar. Da haben wir lange drauf gewartet. So ist es, liebe Zuschauer, die Bestellnummer NX6154 und die 569. Und dann kommt dieser kleine Tausendzasser zu Ihnen nach Hause. Nochmal hier, der ist jetzt endlich lieferbar. Sie sparen 53 Prozent hier zur unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 200 Euro. Sie sehen es, Auvisio-Qualität. Und Ralf hat uns wunderbar geschildert, wie einfach es sein kann. Es geht jetzt weiter mit dem Thema Videorekorder. Und Sie werden staunen, wie ein Videorekorder im Jahr 2019 aussieht. Ja, Sie haben gesehen, wie kleiner er ist. Und dieses Gerät kann auch digitalisieren. Es hat auch eine Game-Capture-Funktion. Aber bei diesem Gerät ist die Hauptfunktion wirklich, Fernsehprogramm aufzuzeichnen, zeitversetzt anzuschauen. Und das kann Ihre Lieblingsserie sein. Es geht auch kinderleicht. Videokassetten gibt es natürlich auch keine mehr. Das sind USB-Sticks oder externe Festplatten. Und hier haben wir auch noch einen Preis-Leistungssieger. Das können wir sagen. Den haben wir nochmal extrem für Sie reduziert. Exklusiv für Sie dieser einmalige TV-Sonderpreis. Und den bekommen Sie jetzt auch exklusiv als Pearl-TV-Zuschauer. 119,95 Euro. Das ist wirklich ein Stabber. Das ist auch so ein Gerät. Das können Sie ja jeden Tag gebrauchen. Sie können die Werbung beispielsweise rausschneiden. Finde ich obergenial. Das Ganze hier unter der Bestellnummer NX4489 unter 569. Ihr eigener kleiner Videorekorder. Dieses kleine Kästchen. Übrigens mit Anschlüssen rundherum. Also da wird wirklich alles abgedeckt. Und jetzt geht es weiter. Jetzt kommt unsere kleine, wie habe ich es vorher genannt? Unsere kleine Wunderkiste war es. Ganz genau. Unser HDMI-Videorekorder, der jetzt wirklich alles kann. Das ist jetzt ein Profigerät. Also Game Capture. Ich kann gerne Spiele mitschneiden. Ich habe hier die Möglichkeit, alles Mögliche zu digitalisieren. Und ich habe die Videorekorder-Funktion. Und zusätzlich habe ich noch einen mobilen MP4-Player. Ich kann dieses Gerät nämlich auch mitnehmen. Mit einem Speichermedium. Und dann unterwegs im Auto zum Beispiel mal Filme anschauen. Oder die Kinder damit belustigen. Also du siehst, mit diesem Gerät ist wirklich alles möglich. Man könnte wieder mal sagen, eierlegende Wollmilchsau. Das ist sie. Und Ihr TV-Sonderpreis hier. Für die eierlegende Wollmilchsau. Oder eben auch die Wunderkiste. 189,95 Euro. Und sich kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Und Sie sehen es, die unverbindliche Preisempfehlung. Die haben wir mal hier fett und dick durchgestrichen. Die gilt jetzt nicht mehr. Für Sie gilt der TV-Sonderpreis. Und ich muss Ihnen noch die Bestellnummer sagen. Das ist die NX4445 und die 569. Da sind wir. Weiter geht's. Ja, mit unserem HDX-11 Filmscanner. Alte 8mm oder Super 8 Filme. Die werden hier digitalisiert. Und wer jetzt schon eine Weile dabei ist, sieht, ich mache ja nichts mehr. Er macht alles von allein. Bild für Bild. Wird hier in HD-Qualität digitalisiert. Und da, das sind die ältesten bewegten Bilder, die wir eigentlich noch haben können. 8mm Super 8. Und da sind Personen drauf. Gehen wir wieder auf 70er Jahre aus. Diese Frau wird ganz, ganz sicher schon lange nicht mehr unter uns sein. Und der Schäferhund auch nicht. Aber die Nachkommen, die wollen diese Bilder retten. Und wenn Sie solche Super 8 Filme zu Hause haben oder 8mm, dann müssen Sie jetzt einfach hier aufspringen und sich diesen Digitalisierer nach Hause holen. Da muss man fast nicht mehr dazu sagen. Doch, es fehlt natürlich was. Und zwar Ihr TV-Sonderpreis. 322,91 Euro für Sie jetzt hier in dieser Sendung. Der kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Unverbindliche Preisempfehlung hier. Knapp 1000 Euro. Und die Bestellnummer brauchen Sie auch noch. Ist hier die NX4294 und die 569. Und Zeit ist Geld, wir machen weiter hier mit unserem 3-in-1-Standalone-Foto-Dia-und-Negativ-Scanner. Richtig. Wenn Sie Fotos oder Negative haben, die Sie wieder zu Fotos machen wollen, und zwar digital, nehmen Sie das. Aber vor allem, wenn Sie das nächste Mal Ihre Fotoalben durchschauen, dann nutzen Sie diese Gelegenheit und digitalisieren Sie gleich. Das geht kinderleicht mit diesem Gerät. Und einmal digitalisiert halten Sie für die Ewigkeit. Und eins habe ich auch noch vergessen. Zum Beispiel Zeitungsartikel kannst du hiermit auch digitalisieren. Auch genial. Und das sind ja auch bei Weißzeitungen vergilbt. Und da sind manchmal auch schöne Sachen dabei oder Urkunden oder Ähnliches. Hier alles damit möglich. Auch wieder kinderleicht. Ein Knopfdruck. Mehr braucht man nicht. Und das holen Sie sich bitte auch nach Hause. Und retten Sie Ihre privaten Bilder für die Ewigkeit. Unter der Bestellnummer NX6103 und der 569. Und Ihr TV-Sonderpreis. Ein paar Cent über 142 Euro. Also das ist wirklich auch ein Schnapper. Vor allem auch noch mal hier, wie der Ihnen weiterhilft. Das ist ja wirklich genial. Dias noch mal digitalisieren. Fotos digitalisieren. Direkt aus dem Fotoalbum raus digitalisieren. Und Zeitungsartikel. Gerade auch noch mal vielleicht so Rezepte. Da haben Sie nicht diesen ganzen Zeitungsstapel zu Hause liegen. Und können sich endlich mal von dem trennen. Also die wichtigsten Dinge Ihres Lebens. Dinge, die Ihnen am Herzen liegen. Digitalisieren. Und ich hoffe, liebe Zuschauer, Sie hatten genauso viel Spaß. Und haben ganz viel gelernt auch in dieser Sendung übers Digitalisieren. Und wenn Sie bestellt haben, dann viel Spaß, wenn die Produkte zu Ihnen nach Hause kommen.